Auf dem siebten Platz mit zwei Punkten, Joel Schuck. Dann auf dem sechsten Platz mit drei Punkten, Maylin Jurisch. Dann auf dem siebten Platz mit sechs Punkten, Aidan Aaron Schumacher. Auf dem vierten Platz mit sechs Punkten, Alexander Hagen. So, und jetzt geht's auf das Sieger-Bodest. Dritter Platz, Carlos Generich, neun Punkte. Und auf dem zweiten Platz mit zehn Punkten, Tyler Haupt. So, da kommt aus Bedestet-Krabbel. Und auf dem ersten Platz ein ganz kurioser letzter Lauf war das. Und da hat er sich nochmal ein Sieg geholt mit elf Punkten, erster Platz, Yannick Konzak. In Fachkreisen wird er auch die Spreewaldkugel genannt. Und das war die Spreewaldkugel genannt. Vielen Dank.